Stapler-Führerschein Bist du arbeitslos und möchtest als Gabelstaplerfahrer neu durchstarten? Mit unseren zertifizierten und für dich kostenlosen Weiterbildungen wirst du deinen Stapler-Führerschein von eDrive erhalten. Nach erfolgreicher Prüfung verhelfen wir dir zu deinem neuen Arbeitsplatz. Du wirst zu 100% vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit gefördert und ist somit komplett kostenlos für dich. Klicke jetzt auf den Link und vereinbare ein Beratungsgespräch.